Hallo, ich bin der Charlie Paul, ich bin der Ausbildungsleiter der AFS Flugschule GmbH und auch Geschäftsführer. Die Flugschule gibt es seit 19 Jahren und wir vertreiben hier in Bad Wildung erfolgreich eine Gleitschirmflugschule, die zu den 10 besten Deutschlands gehört. Das ist die Höhe. Hier oben haben wir den GPS, die Flugrichtung Norden. Musik 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 Wow, das war klasse. Mein erster Flug 2016. Ich war zwar ein bisschen aufgeregt, aber bei Charlies man in guten Händen ist überhaupt gar kein Problem. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.